Musik Und jetzt haben wir, Marcel, eine Gruppe, die du auch übers Jahr hinweg siehst, nämlich die Mohlenshöhe Junge mit ihrem Ritterorden und ihren fantastischen Kostümen bei Kartsfest. Immer wieder sind sie dabei, auch außerhalb der Session. Wir haben auch die tolle Zugnummer 11. Herzlich willkommen auf dem Markt, die KG Mohlenshöhe Junge mit ihrem Präsidenten Ralf Zauwitzer. Ich sehe ihn noch nicht, aber er ist mit Sicherheit dabei, er kommt gleich um die Ecke. Auf die Mohlenshöhe Junge, drehen wir Loche. Oche, Oche. Lieber Heinz, sei gegrüßt. Auch er hat sich verkleidet, kaum zu erkennen, der Ralf. Aber er ist da oben der, der so wild winkt noch, aber er ist ja noch jung. Die KG Mohlenshöhe Junge, in Aachen wissen wir das alle, aber vielleicht Sie an den Fernsehschirmen nicht. Das ist eine Gesellschaft, die sich gegründet hat aus Justizangestellten früher. Und zwar genauer gesagt, die waren aus dem Gefängnis und Mohlenshöhe. Das war früher in Aachen oben am Adelbert-Steinweg das Gefängnis. Und daher stammt der Name KG Mohlenshöhe Junge. Das sind also keine, die innen saßen waren, sondern das sind diejenigen, die auf die aufpassen sollten, die da drin saßen. Heute sind sie umgezogen, heute haben sie am Eulers Regiequartier und dann nicht wieder neben dem Gefängnis. Auf die Mohlenshöhe Junge, auf den Ralf-Sauber in der Drehmann. Loche, Loche, Mohlenshöhe. Und am Mohlenshöhe Junge, auf den Ralf-Sauber. Und am Mohlenshöhe Junge, auf den Ralf-Sauber in der Ralf-Sauber in der Ralf-Sauber in der Ralf-Sauber in der Ralf-Sauber. Und am Mohlenshöhe Junge, auf den Ralf-Sauber in der Ralf-Sauber.